Bei den Plotton gibt es Brugia, Provodore und Nosferatu. Das Spiel hat noch die Gangel, die Malkavian, Vendru und Demeter. Premiere. Und die Malkavian sind meine Lieblingsspiel. Ok, wir sind komplett bad shit, sind wir. Wir werden Malkavian sagen. Das ist mein Lieblingsspiel. Einfach mein Lieblingsspiel. Schaut scheiße aus, aber... Ich liebe es. Ich bin nur auf Englisch. Was für eine Szene, Mann. Ich liebe diesen Tippen. Dann plopst du dich aus hier, wie ein nacktes Baby in den Wald. Wie geht das? Schau, es ist wahrscheinlich viel für dich, um zu nehmen, also... Lass ich dir die Räume zeigen. Was sagst du? Genau, und das meine ich. Wo ist meine Maus? Du bist ja... Ich hab ja keine Mann. Aber es ist jetzt... The way of age plots against the wash away revelation. So reden, normalerweise steht irgendwas ja oder nein, oder wer bist du normalerweise? Und die reden genauso. Wenn man das... Die Story halt nicht kennt, dann kennt man nicht das, was man aushört. Also es kann sein, dass wir... Wissen umbringen, aber dieses Schreiben ist halt so, dass du glaubst, dass du ihn umbringst, wie du hast in deinem Leben. So. Ungefähr. Ungefähr. What? Oh, Mann! Und du bist ein verdammter Malkavian, auch! Wow! Du bist wirklich verdammt! Du bist ein Dark Demon, ich bin vor mir. Du bist ein Dark Demon, ich bin vor mir. Malweise steht da drauf, wer bist du? Malweise. Ich liebe diese Malkavian, echt. Oh, ich habe das Spiel vermisst. Hallo! Ah, ich habe das Spiel vermisst. Hallo! Ich muss mal passen, dass wir nicht irgendwie komplett aussagen. Haha, das Spiel ist klar. Jetzt klappt es. Hat sie das gehört? Diese Stimme hörst du die ganze Zeit im Hintergrund. Irgendwann hören die auf und dann fang die mal wieder an. Auch diese Stimme hörst du den Hintergrund. Hoffentlich geht das nicht so los. Du musst sie ein bisschen runterdrehen, die Latschdecke. Da steht Passwort. Chop Chop. Save. Chop Chop. Save. Chop Chop. Ich hab ihr eingegeben vorher. Unlocked. Safe ist unlocked. Ich hoffe, dass beim zweiten Teil genau dass man so selber reinschreiben muss. Find ich sogar. was ist das? ich weiß nicht deswegen hasse ich diese stille einfach schnell rennen gott sei sperren hallo sterben sterben stärker hast du er ist stupider die falsche Tastera oh mein gott ich haze diese Subtorya ich möchte kämpfen sterben das hat nicht funktioniert ich bin zu schwach hallo geh weg du siehst mich nicht ach stupider gerend riemann den Kramp der ist einfacher als schleichen schleichen ok man müssen natürlich vorbeischleichen puedel ich bumste nein nicht wirklich sorry was anderes, ok der hat nicht recht viel aber der verkauft wirklich waffen man muss nicht irgendeinen typen finden was dir sagt dass er wirklich waffen verkauft Sagen wir den nicht finden, gibt's nichts mit Bum-Bum. Wir haben einen Revolver. Nein. Ich blieb es, weiß ich es. Ah, noch etwas. Wie geht es um das Problem? Ich meine es. Wenn du jemandem darüber erzählst, dann bin ich tot. Ich bitte dich. Ich habe einen Weg, den Leuten zu bekommen, was sie brauchen. Wenn du nichts sagst, kann ich dir helfen. Das sind die Stimmen, die du den Hintergrund hörst. Also wir. Aber sie stirbt ja. Oh, bitte, einen Doktor. Irgendwo. Man kann sie reden. Man kann jetzt nur zu Vampiren machen. Wir riskieren es. Wir brauchen Blut, weil wir werden uns verrückt. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Wir sind jetzt auf Fuente. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Wir gehen nach Hause und schauen mal ein wenig die Pille. Die Persönlichkeit, wenn sie hinterher kommen, ist ein bisschen verrückt. Schnell ist das Problem. Die Milch sind in roten Tattern und Vater tanzt in der Nacht. Ah, die Persönlichkeit. Es redet immer so viel Quatsch in Hintergrund. Es hat nur ein bisschen verrückt. Jetzt weiß ich, wie man sie retten kann. Was ist ein Ghoul, genau. Die Animation ist nicht so geil. Wo sind die Pille? Das müssen hier sein, die Pille. Aber ich finde keine Pille. Wo sind die Pille? Pille. Oh. Genau da sind jetzt die Pille. Ah, Gott sei Dank. Morphine, jawohl. Noch ein Tschüss. Oh Gott, ich brauchte das. Willi wird dann mit Boom Boom. Souls draped in roten Tattern. Und Vater danzt in der Nacht. In der Nacht. Hey Papi, du brauchst ein Date. Ah, der kostet zu viel Geld. Max Becher. Rustling Robes of the Reaper. The Reaper. Ah, die Demons verbogen. Those men you are looking for. Siehe, die twisted strings of tomorrow speak more. Never mind. You wouldn't understand. Hey, the moon light your twisted pet shadow. See you. I'll give him, glaube ich. Siehe Duckfather and the one who stands in front of him. You chased it, genau. Genau, das ist die Mission, was jetzt erklärt, was in die Zukunft kommt. Oh, oh. Oh, oh. Thank you. Oh, das Blut. Immer Messer. Blut saugen. Blut saugen. Spiel nicht. Spiel nicht. Spiel nicht. Spiel nicht. Spiel nicht. Ja, jetzt hat es funktioniert. Ah, der ist speziell. Das ist gut. Police hunting. Gibt es denn der Polizei? Gibt es denn der Polizei? Ah. Das ist ein bisschen problematisch wenn jetzt die Polizei da ist. Die Polizei ist aufgeben. Okay. Und wir haben das Geld bekommen von ihm. Das war's eigentlich. Ich bin wieder zurück zu ihm. Jetzt... Ah, die sind... ...die instere Dockte von Janus. Die sind die Zwiringsschwester. Wir müssen zu Asylion jetzt gehen. Sie hat hier ein paar Sachen verlassen. Du siehst mich, Minou. Warum gibst du es zurück, wenn du sie in die scharna hast? Sicher. Oh, jetzt müssen wir nur zum Auto. Auto. Da gibt es ein Bild und dann müssen wir noch irgendwo hin. Ich weiß nicht mehr wohin, aber irgendwo müssen wir noch hin. Pass. Hoop. Soul strahlt in roten Tattern. 11.6. Vater tanzt in der Nacht. Ja, ja. Grosige Stimmen in Hintergrund. Du klingt nicht gut. Du weißt, Mutter von Gott! Sam, Mann, er ist da, Mann! Du weißt, dass du dein Tempel hast, aber... E, du weißt nicht mehr, ich will ihn sehen, danke dir. Okay, kann man nicht bewegen. Warum muss ich gehen und diesen Mann rauslassen? Es gibt noch einen mehr Spill in der Welt. Ich muss sie gehen und ihn essen, hm? Nein, ich werde nie mit diesem Mann selbst machen. Well, you know what? No blood for you. No more! Hahaha, wir sind verrückt, nehmen wir Nummer eins, oder? Und wir lachen auch noch dazu, aber leider haben wir keine Stimme. Ich werde eigentlich ein guter Joker abgeben, oder? Aber ich bin wirklich froh, dass es funktioniert. Aber der Person, ich wollte das Wiederspielen, ich will dieses Mal spiele ich wirklich durch. Was kommt jetzt an der Viertürpartner? Ja, und da sag ich danke fürs Zuschauen. Wir gehen uns nächstes Mal aus. Bis zum nächsten Mal! Xin